An Lee Strasberg, meinen geliebten Schauspiellehrer. Lieber Lee und liebe Paula, Dr. Chris hat mich in dieses New Yorker Krankenhaus eingeliefert. Psychiatrische Abteilung unter der Leitung von zwei Idiotenärzten. Sie haben von mir nichts gehört, weil ich eingesperrt bin. Mit all diesen armen und übergeschnappten Menschen hier. Sarah? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Mr. President. Happy Birthday to you. Er, der Mann, ist der Autor. Sie, die Frau, ist die Darstellerin, die vom Autor den Samen seines Werkes empfängt und mit der Rolle schwanger geht. Die Frucht, das Kind, ist die entstehende Rolle. Wie waren wir glücklich. Einen letzten Rat, den mir meine Pflegemutter mitgab. Beim Sex reicht es eigentlich völlig, Ihnen nicht in die Quere zu kommen. Du wolltest nicht, dass ich nach Korea fliege. Ja, das sind unsere Flitterwochen. Ja, Daddy, aber was sind schon vier Tage? Du fährst zu den Baseballspielen in ganz Japan, ich nach Korea, zu den Chi-Eyes. Musik A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's boyfriend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat. Or healthy little ultimate may grow cold as girls grow old, but they all lose our charms in the end. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018